Hallo und willkommen zu diesem kurzen neuersten wirklichen Tutorial zu ChemDraw. Als erstes öffnen wir bitte ChemDraw und ihr werdet eine solche Seite vorfinden. Und damit wir überhaupt damit arbeiten können, werden wir jetzt erstmal ein paar Einstellungen vornehmen für die Zukunft, um ChemDraw so benutzen zu können, wie wir es gerne möchten und wie es auch an der Universität erwartet wird. Momentan ist ein standardeingestellt ein ganz normales New Document. Das können wir ändern und zwar wenn ihr unter File geht habt ihr hier Open Style Cheats und hier ist eine ganze Liste von Style Cheats vorhanden. Normalerweise wird dieses New Document ausgewählt, aber bei uns ist das ACS-Dokument 1996 Standard. Hier sind ebenfalls von einigen bekannten Journals wie das Journal of Hetero, Cycle Chemistry oder ähnliches vorhanden, je nachdem wo man arbeitet oder für welches Journal man gerade eine Publikation schreibt, kann man eben die Grafiken bzw. die ChemDraw-Dateien anpassen. Wir nehmen jetzt das ACS-Dokument 1996. Wahrscheinlich fragt ihr euch aber jetzt erstmal, was ist denn der Unterschied? Wir gucken uns einfach mal das Ganze hier an, wir nehmen uns einen Benzol-Ring, fügen hinzu meinetwegen ein Chlor, machen auch ein N-Raden, machen irgendwie ein Pyridin raus und dasselbe Gucken wir uns jetzt mal in beiden an. Und zwar sieht man hier doch die deutlichen Unterschiede vor allem in den Heteroatomen, wie zum Beispiel das Stickstoff ist halt im ACS-Dokument wesentlich größer, es sieht mehr aus wie in den eigentlichen Journals, in den eigentlichen Publikationen oder auch in der Fachliteratur allgemeinen Büchern, wie es aussehen sollte und hier sind die Proportionen einfach nicht so hübsch. Deswegen schließen wir mal ganz schnell dieses Untitled Document 2, damit ihr wisst, wo der Unterschied ist. Wenn wir uns jetzt das ganze Dokument ansehen, dann sehen wir hier nämlich, dass wir nur eine Seite haben. Das ist, so wie schrecklich es vielleicht auch klingt, eigentlich immer zu wenig. Deswegen ist für mich persönlich wichtig, dass ich unter Document Settings hier, also File, Document Settings, das Ganze ein wenig anpasse und zwar habe ich gerne eine Höhe von vier Seiten und eine Weite von drei Seiten. Das sind immer die nach vier Seiten. Man kann ja auch noch weitere Sachen einstellen. Das ist aber eigentlich irrelevant, da wir das ACS-Dokument beibehalten möchten mit seinen Voreinstellungen, wie beispielsweise Arial, falls man mal in seiner Masterarbeit zum Beispiel Times New Roman verwendet und das warum auch immer gerne hätte, dass auch die Schrift, mit der man schreibt, übereinstimmt mit der Schrift, in der eben die Heteroatome angezeigt werden, könnte man es hier ändern. Sollt, muss aber eigentlich nicht. Wir klicken mal auf OK und direkt sehen wir, wie das Ganze hier jetzt aussieht. Wenn wir mal rauszoomen, sehen wir eben eins, zwei, drei Seiten in dieser Richtung und vier Seiten aufeinander aufbauend in der Höhe. Hier drüben ist noch unser Molekül. Ich arbeite auch meist immer hier in der Mitte. Das reicht mir aber auch noch nicht. Ich habe noch gerne eben dieses Crosshair hier immer drin, ebenso diese Rulers. Das Ganze gibt einem eine ganz gute Orientierung, oftmals auch wenn man Sachen ausrichten möchte, wie, ja, fragt mich jetzt nicht. Ich hätte jetzt gerne den hier so angeordnet, dass er an diesem Kasten eben so drauf liegt. Da kann man mit den Pfeiltasten das Ganze relativ gut verschieben. Das ist jetzt alles mit den Pfeiltasten passiert. Wir können eben auch hierüber die Gradzahl ändern, je nachdem, wie wir das gerne hätten. Under Rotate. Falls mal eine sehr genaue Rotation vorgenommen werden soll, kann eben das Ganze markiert werden und wir klicken hier auf Rotate oder eben durch Steuerung R. Wir können jetzt zum Beispiel von 90 Grad das Ganze einstellen und haben wirklich eine 90 Grad Drehung von unserem Benzolring. Das Ganze können wir dann im Grunde so weitermachen. Kleine Spiele rein. Wir haben jetzt bereits das meiste so eingestellt, wie wir es gerne hätten. Ich würde euch noch bitten, dass wir uns hier einmal diese Object Bar, also unter View gibt es einiges, an solchen Bars oben mit in die Leiste hinein holen, standardmäßig. Das geht einfach durch hineinfügen und ebenfalls diese Structure Bar. Da komme ich später in weiteren Tutorials auch noch drauf zu sprechen. Was gibt es hier noch unter View? Ihr könnt einiges einstellen. Ich stelle kurz die wichtigsten vor. Einmal das Analysis Window. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel unseren Benzolring hier darstellen oder eben ein Benzolring, ein Pyridin Ring, dann können wir nämlich über dieses Analysis Window uns ansehen, wie jetzt gerade die Masse, das Smallgewicht oder eben auch M durch Z für spätere Massenspektroskopie aussieht. Und hierüber können wir die Dezimalstellen einstellen. Hier ist sogar ein kleines Massenspektrum vorgestellt. Also jetzt ist hier eine sehr kleine Erhebung. Vielleicht, da sieht man eigentlich auch nicht mehr, wenn wir jetzt vielleicht einen Chlor einfügen eben. Dann, genau, sehen wir in diesem Fall zum Beispiel hier eine andere Verteilung. Das zum Analysis Window. Was gibt es noch Wichtiges? Wäre vielleicht das Chemical Property Window. Wenn wir hier eben etwas markieren, können wir uns die Chemical Properties, die berechnet wurden und nicht so genau sind, anschauen. Log B oder vermuteter Melting Point etc. sind ganz interessante Daten dazu. Oder was gibt es noch? Periodic Table könnte praktisch sein. Hier können wir eben uns gewisse Sachen aussuchen, falls man mal Germanium oder so braucht. Aber das Ganze ist auch anders möglich. Und ansonsten ist vielleicht auch noch zum Lernen ganz gut dieses Chem 3D Hotlink Window. Also wenn wir uns können oder wir können eben in diesem 3D Bild die Moleküle entsprechend ansehen, wie jetzt ganz einfach dargestellt die dreidimensionale Darstellung dieser vermutet wird bzw. sein sollte. Und das könnte zum Beispiel für das Üben und Vorstellen von SN Reaktionen mit einer entsprechenden Waldenumkehr durchaus praktisch sein. Ansonsten werdet ihr es eher weniger brauchen, da es doch schon einiges an Grafikspeicher frisst. Ja, das erstmal dazu. Hier gibt es einiges an Windows, Fenstern, die man öffnen kann, beibehalten kann. Jetzt noch wichtig zu dem Ganzen, wir haben uns das jetzt vorbereitet. Jetzt gehen wir hier auf Save As. Unter Save As gehen wir Go to ChemDraw Items. Und dann nehmen wir nicht diese CDX Datei, sondern eine ChemDraw Style Sheet Datei. Und nennen das Ganze jetzt mal Tutorial zum Beispiel. Speichern es. So, jetzt ist zum einen geändert, dass wir hier zum Beispiel New Tutorial standardmäßig haben. Wir können also ein New Tutorial Window aufmachen. Oh, genau, da seht ihr jetzt zum Beispiel einen Fehler. Also das ist wirklich das, was wir vorbereitet haben. Jetzt wird entsprechend auch das hier drin sein in diesem New Tutorial. Das ist eigentlich ganz witzig. Ebenfalls, wenn wir jetzt ChemDraw schließen und ChemDraw wieder öffnen, dann kommen wir nämlich direkt in ein neues Tutorial Window. Ich hatte auch noch andere Style Sheets schon mal vorbereitet, zum Beispiel eins hier als Praktikum. Das ist jetzt wirklich leer. Eben auch in diesem Format aufgebaut. Und so könnt ihr dann anfangen zu arbeiten und seid immer direkt vorbereitet mit dem richtigen Einstellung für eure Protokolle. Vielen Dank für dieses Tutorial. Im nächsten beschäftigen wir uns dann weiter mit dem Programm und einigen Kleinigkeiten.